Hallo und Willkommen zum nächsten Part vom Bussimulator 16. Im letzten Part sind wir hier unsere schnelle Route gefahren. Und... Und das Spiel hat sich gerade aufgehängt. So, jetzt ist es wieder da. So, hier unsere schnelle Route sind wir hier gefahren. Und dann haben wir noch unsere Busse alle umlackiert und die Werbung angebracht. Ja, und dann müssen wir hier jetzt... Der schnellen Route einen Fahrer zu weisen und den dann von irgendeiner anderen Route wegnehmen. Ich würde mal sagen, die hier lassen wir. Da ist sowieso niemand. Wir nehmen am besten mal... Äh... Ah, diese Route hier weg. Ne, die hier bringt uns am wenigsten Geld ein. Wahrscheinlich auch, weil es die erste Route ist. So, das heißt, wir nehmen dann hier... Die weg... Und packen sie dann hier hinzu. So, sehr schön. Können wir hier eigentlich noch jemanden zuweisen? Ach cool, wir können Leute auch zwei Linien zuweisen. Interessant. Vielleicht könnten wir es ja mal machen und dann schauen, ob es was bringt. Ah, interessant. Dann geht er also von seiner Route weg. So. Geh nochmal bitte auf die Route, danke. So, und dann, da wir wieder im Minus sind und ein bisschen Geld brauchen, hatte ich mir gedacht, wir könnten uns mal hier an diese Online-Job-Eingebote ranmachen. Und hier sind jetzt irre viele Sachen. Hier, sowas kriegen wir gar nicht in 20 Minuten hin. Deshalb hatte ich mir hier diese Strecke hier ausgeguckt. Aha, die führt hier auch so ein bisschen durch das neue Gebiet hier. Ja, und die könnten wir dann mal fahren. Genau, ein schneller Start. Und wir nehmen... ...den Bus 3. ...und dann fahren wir den. Startst du deine Route vom Depot aus oder bringst den Bus nach Abwertung deiner Passagiere auch wieder zurück, wegen dir einen Ansehensbonus. Aha, okay. Okay. Interessant. Interessant. Das heißt, wenn wir keinen schnellen Start machen, dann kriegen wir mehr Ansehen. Baustellen. Es gibt im Moment viele Baustellen in der Stadt. Und einige Straßen auf deiner Strecke könnten blockiert sein. Du musst möglicherweise eine alternative Strecke finden, um alle Busseiter-Stellpunkte nicht zu erreichen. Naja, es gibt in jeder Stadt irre viele Baustellen. So. Dann... ...das ist nur die Haltestellenbremse. So. Dann fahren wir mal los. So. Stellenbremse absenken. Genau. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. So. So. Leute, das Teil hier ist ja heller. Wie kann das sein? So. Kann sich rüberenden. Genau. Und dann fahren wir mal weiter. Upsa. So. Und dann fahren wir weiter. Genau. So. Nächster Halt Leopoldstraße Nord Oh, ich glaube, wir haben gerade eine zweite alte Stelle gehalten Naja, nicht so schlimm Nehmen wir die zweite alte Stelle vor der ersten mit Upsala Cool, wir wurden geblitzt Yeah Strafzeite fürs Rasen, minus 300 Okay, cool Dass es sowas hier gibt Wahrscheinlich gibt es hier mehrere rasende Leute Was ist los? Oh gut, soll ich was mitbringen? Etwas zu trinken wäre super Vielleicht auch Eis? So Da ist die Haltestelle Wir halten hier jetzt an So Ich möchte eine Einzelfahrkarte verschillern Aha So Hat's passt gut So Dann fahren wir mal weiter Warum ist hier das Licht an? Wir brauchen doch kein Licht Am helllichten Tag Außer wir sind in Skandinavien Leopoldstraße Ost Aha Wir tuckern hier die ganze Leopoldstraße einmal durch Außer wir sind in Skandinavien Da braucht man Licht So Ach Naja Wir wurden ja eben schon geblitzt Wir sollten jetzt ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten Ich hab's hier nicht sowas wie ein Tempomaten So Da ist jetzt die zweite Haltestelle Der wird nochmal halten müssen So Da stehen jetzt noch ein paar Leute Und ein Rollstuhlfahrer Oh gut So 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 fangen wir mal die Rampe aus Na wie stehen wir denn? Oh Sieht doch ganz gut aus So Rollstuhlfahrerin Doch jetzt So Die Rampe sollten wir noch zumachen Geht die Tür zu? Obwohl die Rampe noch draußen ist Okay Das ist ja eigentlich auch nicht so Das wäre doch witzig Wenn die Tür zu geht Obwohl die Rampe noch offen ist Dann kann die Tür nämlich eigentlich gar nicht zu gehen Na ja Kongress Da waren wir aber schon mal Da waren wir aber schon mal So Ach ja Und dann tun wir hier mal mal 50 durch Und Und So Ach Und Und dann Auch gut Und dann Ich bin nicht schuld Ich bin zwar hinten drauf gefahren, bin aber nicht schuld So Ich glaube der fährt jetzt mal nicht weiter Ja Das heißt wir werden mal an dem vorbeifahren Ja Ich war ja schon So Ach ja Ach ja Und dann stellen wir uns hier mal wieder an die rote Ampel und würden die nicht mitnehmen Ach ja Ach ja Ach ja Ach ja Wir müssen hier rechts An diesem komischen Gebäude da vorbei Ach so, das ist der Fernsehturm wahrscheinlich So Kongress Ach, hier ist eine Baustelle Direkt unter dem Torbogen da Okay Dann Na ja, das können wir uns hier dann überlegen, wenn es so weit ist ob wir da lang waren oder nicht So So Jetzt wird die Ampel grün Dann würde ich mal sagen, machen wir mal Nicht weiter Nein Ich würde hier jetzt gerade erstmal an dem anderen vorbeifahren, wenn ich dürfte Das Auto hat keinen Fahrer Der Bulli fährt von selbst Ach, jetzt fährt der Gut Dann Tschüss selbstfahrender Bulli Die Technik ist hier anscheinend schon ein bisschen weiter vorgeschritten als bei uns Na ja, ich würde sagen Es ist ja auch schon ein Auto, das selbst fährt So, da kommt was, der will aber abbiegen Das heißt, wir können hier einmal umfahren Ach ja So, wir müssen die dritte Auswahl raus So So Okay So tun wir es schon ein hohes Ding So Äh Ja Was passiert, wenn man einen Moment mal nicht hier auf die Straße achtet So So Und dann Uh Das war knapp Das war ganz knapp an dem Typ vorbei So Ach ja Ach ja Da ist auch schon der Kongress So Wir sind wieder ein bisschen schnell So So Und dann machen wir mal hier in die Haltebord rein Nehmen die Bürgersteine mit Cool Cool Ja Hallo Trainer Ich kann heute nicht zum Training kommen Ich bin ausgerutscht und es tut etwas weh Ich brauche nur eine Fahrzeuge Ich brauche nur eine Fahrzeuge Ich brauche nur eine Fahrzeuge Das ist ja schon ein schönes Gebäude Anscheinend wird es schnell verheilen Das hat auf jeden Fall der Arzt gesagt So Gut Bis zum nächsten Training Tschüss Danke mein Lieber Will ich noch einsteigen? Nö Gut Na dann So Wohl Wenn ich links blinke, darf mich ja eigentlich niemand mehr überholen Diese Regel gibt es ja Zumindest theoretisch Nächster Halt Freiheitsstraße West So So Dann fahren wir mal hier aus dem modernen Bezirk wieder raus Ich glaub's Ich glaub's nicht, dass du bei diesem Bild gefällt mir angetippt hast Ich geb dir nie wieder mein Telefon Entspann dich, das war ein Versehen Es hat sowieso schon tausende Likes Jetzt halten mich die Leute für einen Stalk Jetzt halten mich die Leute für einen Stalk Anblick Anlage Ah Ist das Motor? Achso, Motor Schnellstart ist das wahrscheinlich Geschwindigkeitsregler Rampe Das hier ist Hätte Steppenbremse Und absenken Okay Okay So Wir wollen hier aber gerade ausfahren So So Wir haben hier Vorfahrt Wie spät ist es? Ich weiß es nicht, aber wir leben gut in der Zeit, keine Angst Ich möchte Mama nicht schon wieder verärgern, weil wir zu spät dran sind Wir sind nie zu spät Freiheitsstraße West Na, mit der Baustelle da vorne könnte die zu spät sein Was ist denn da? Die Baustelle, die soll doch da vorne sein Ah, ich sehe sie Aber das ist doch keine Baustelle Das ist doch nur irgend so ein komisches Baustellen-Shit So, niemand will einsteigen? Okay Wird niemand einsteigen So So Nächster Halt Nächster Halt Wackara Straße Dies ist der letzte Halt Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habsieligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen Aber das hier ist doch keine Haltestelle Das hier sind nur ein paar abgestellte Baustellen-Geräte Naja Das einzige, womit ich hier mit rechnen müsste, ist Ja, ist dass ich Hier, äh, Fußgänger auf der Straße sind So Weil der Bürgersteck da halt gesperrt ist So, und da sind wir auch schon in der letzten Haltestelle Wir kriegen immer nur cool als Kommentar Irgendwie Ich kann ohne die Rampe nicht herunterrollen Ach Sorry Ich hab dich voll vergessen Sunny Springs braucht mehr Leute wie sie Ach, ich glaub, wenn wir dadurch mehr an Seen kriegen, dann fahren wir grad mal so zurück Ich werd mich doch hier einmal vordrängeln dürfen Ja, danke So Der muss halt vorragen So Kommt das nicht auch nochmal aus? Na, lunge nicht direkt vor mir auf die Straße Sonst werd ich noch bestraft So So Bitte drücken Sie den Knopf für einen Haltewunsch erst nachdem der nächste Halt angekündigt wurde Aha Hier ist zwar niemand mehr drin, aber egal So So Eine rote Ampel Eine rote Ampel Aber so Aber so Dass da nur der Bürgersteig Nicht frei ist Ist das doch nichts Das ist doch keine wirkliche Baustelle So, naja Die hatten da ja noch nicht immer irgendwas aufgerissen Die haben so nur die Sachen abgestellt Na Fahr doch, du Auto So 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 Kann ich eigentlich jetzt noch beschwerter wegen Raserei kriegen, obwohl niemand drin ist? Das wäre eine gute Frage, aber bestimmt kann ich das Was? Dann beschwert sich halt ein irrealer Mensch Hahaha Was ist das da? So Ich muss hier rechts Nichts So Und dann parken wir mal wieder den Boss Ach interessant Ne Hier stand nämlich auch mal einer, der hat mir einen speziellen Auftrag gegeben Ich sollte so schnell wie möglich durch die Stadt rasen und alle Sachen einsammeln So Checkpunkte Das ist aber auch witzig Falscher Knopf Äh V Jetzt haben wir den Motor ausgemacht So C steigen wir aus und dann machen wir mal kurz die Tür auf So Linie 0 nach Sunny Springs Auch gut So So Und dann einmal rein fahren So So Dann halb Schnellen Halt 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 ein externes Jobangebot. Ah, Strafzettel für das Rad. Ja. Ah. Wow. Kein Stufenaufstieg. Okay. Ah. Das Fisselchen hätte es nur mir auch noch geben können. So. Haben wir einen unserer Busse? Ich noch nicht. Doch. All unsere Busse haben wir schon hellblau gemacht. Genau. Gut. Dann bräuchten wir jetzt einen Gelenkbus und dann sollen wir ihn auf einer schnellen Strecke fahren. Wie viel kostet denn so ein Gelenkbus? Gelenkbus? Ja. 270.000. Oh je, oh je. Dafür müssen wir, glaube ich, erst ein bisschen sparen. Bisschen sehr viel sparen. Naja, wir haben hier ja noch genug Aufträge, die wir dann nächstes Mal fahren können. Ja. Und dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüssi. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Und dann wird das ,.